Das habe ich mir nicht so ausgedacht, das habe ich mal geträumt. Das ist das Ergebnis davon. Hauptsächlich ist es Sci-Fi und Fantasy. Tatsächlich gäbe es eins auch schon als Hörbuch, Sozius, Lesen von Uwe Teschner sogar. Harte Globalisierung. Im Jahr 2336 hat die Welt sich grundlegend verändert. Da gerade nochmal so ein anderer Künstler, aus etwas, was man selber geschaffen hat, nochmal was schafft, schon wirklich bombastisch. Das hat eben einfach damit angefangen, dass ich mein Umfeld damit integriert habe. Also eine gute Freundin, die jetzt mittlerweile auch meine Bücher lektoriert. Es ist einfach letztlich ein Gruppenprojekt. Sei es die Lektoren, sei es die Testleser oder das restliche Umfeld. Also das gehört auf jeden Fall dazu.